Mit Bowser in der Gruppe ergab dies ein eher ungewöhnliches Trio. Peach versuchte ihm die Aufgabe zu erklären, aber sie verwirrte ihn nur. Als Mario voranging, sah er etwas, das ihn abhubt, zum Stehen brachte. Was ist denn Mario? fragte Peach, als sie sich umdrehte und das weite Blaue sah. Die großen glänzenden Wellen des Kachelmeers zogen sich hin, soweit sie sehen konnten. Fort Conrad musste sich irgendwo hinter diesem Meer befinden. Damit Willkommen zu Super Paper Mario in 3.2. Blooper, Ahoi! Man kann meinen Haaren entnehmen, dass ich bald aus der Dusche gekommen bin. So, aber kein Text hier nochmal drin. Wir werden uns jetzt alles anschauen und auch verschufen. Verschufen wahrscheinlich, die zu besiegen. Allerdings geht das hier wohl nicht gut. Wir versuchen es mal mit Bowser. Tatsächlich steuert, weil es unten funktioniert. Kann man auch auf sie drauf springen? Ich glaube nicht, aber ich versuch's mal. Tatsächlich. Muss man ja alles herausfinden. Wir werden uns halt immer zu Bauter wechseln, um die Gegner sehen. Weil wir die Erfahrung haben, wollen uns hier noch 16.000 Punkte für das nächste Level ab. Was, soweit ich weiß, Angriff beinhaltet. Und ich sehe jetzt soweit nichts, außer hier oben einen geheimen Durchgang und diese Münzen. Es hat funktioniert. Ich dachte, ich nutze den Block, damit ich die Bombe drauf platzieren kann. Es hat einfach funktioniert. Ja, diese Scheiße, ich wollte jetzt den Durchgang genutzen und jetzt habe ich die Münzenblume genutzt. Egal. Münzenblumen ist nicht so wichtig. Das Geld will ich trotzdem haben. Ich ignoriere das mit dem Timer. Fuck. Ich wurde auch played. Okay, auf einmal reicht der Radius doch. Das scheint nichts zu sein. Wie auch in dem vorherigen Level kann man sehen, dass alles verpixelt ist. Und wieso ist hier eine Speere für 3D? Man kommt ja einfach in 3D nicht durch, aber in 2D schon, weil man einfach diese Linie in 2D nicht sieht. Ja, kommt doch her, Kollegen. Ich glaube, man kann auch ein Item von denen gedroppt bekommen. Daher werde ich weiterhin versuchen, die zu besiegen. Okay, was sollen wir denn damit machen? Ich glaube, nichts, was uns dabei hilft. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, dass die Bombe so schnell runter geht. Sieht so aus, als würden wir hier ein neues Pixel. Voltopilz, dein Ernst? Okay, wieso spawnt der Voltopilz nicht wieder oben? Aber ich schon. Das finde ich eigentlich ziemlich schade. So, hier ganz leicht, dritte Perspektive, kommt man in die Röhre rein. Das habe ich sofort gesehen. Ja, vielleicht haben wir nochmal das Glück auf dem Pilz. Jetzt gehen wir aber erstmal in den Speicherblock. Ziemlich verarschend. So. Wo geht es denn hier? Dann werden wir bekommen hier, was wir brauchen für die Säulen. Den Sturm sollten wir weder nicht gehen. Hier ist allerdings ein Secret. Oder ist es das? Oder ist es das? Ne, es ist eigentlich fast der normale Weg. Oder es ist halt, wir haben den Weg ein bisschen vereinfacht. Und hier ist noch eine Truhe. Und hier ist noch eine Truhe. Einem Goldbarren. Sehr schön. Das heißt, wir können den einfach mal schnell verkaufen und uns 100 Minzen einbringen. Noch simpler wäre es aber mit Bowser. So. So. So, wie immer, dritte Perspektive abzunehmen. So. Die könnten ein Item haben. Tatsächlich. Tintensaft. Tintensaft. Jetzt haben wir schon hier alles voll. Perfekt. Hier ist der Pizza da. Damit wir wieder was neues zubereiten können. Ich muss ja meine Items alle wegschmeißen. Vor Kapiteln anders geht es, denke ich nicht. Ist die Chance da höher, dass ich sterbe. Aber dann kann ich mir zumindest die Sachen mitnehmen. Ist die Tür blau? Tatsächlich. Ist die Tür blau? So. 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 Und das unten gibt's hier wohl nix. Wir werden uns allerdings noch vorher ein bisschen umschauen. Ja, okay, das ist einfach nur ein fetter Raum. Hey, falls du es noch nicht gehört hast, deine Meinung hat in dieser Region Gewicht. Und jetzt wollen wir mal sehen, ob du das passende Gewicht für mich hast. Dann sehen wir uns mal dein Gesicht an. Scheint, als hättest du einen dichten Schnurrbart. Nicht schlecht. 60 Punkte. Und jetzt bewerten wir deine Klamour. Also je nachdem welchen Charakter man hier hat, kommen auch andere Texte. Bei Bowser hätte der vermutlich irgendwas gesagt, dass er fett ist. Bei Peach hat er sicher nicht den Ball angesprochen. Ein Blaumann. Nur die kräftigste Aid laufen so auch um 100 Punkte. Lass dich mal an die Zeit einen genaueren Blick auf den Rest von dir zu werfen. Boah, du bist vielleicht klein, aber dein Umfang ist nicht zu verachten. Das hat Gewicht, dafür gibt es weitere 10.000 Punkte. Das von dir in den Tag gelegte Gewicht haut mich um. Da gibt es keine zweite Meinung. Umfang und Gewicht stimmen. Jeder Idiot, der sich dir in den Weg stellt, wird einfach platt gemacht. Ich liebe es, die Leichtgewichte zu zertrümmern und zu zerquetschen. So erreicht man etwas und ich will dabei sein. Let's go! Das den Boden erschütternde Pixel Stamm vor hat sich deiner Gruppe angeschlossen. Jetzt kannst du von oben herab mächtige Angriffe starten. Du kannst diese Fähigkeit sogar unter Wasser verwenden. Und tatsächlich hat man mit einer Stamm-Attacke den doppelten Angriff bei einem Schwung. Das bedeutet, dass man mit Bowser dann den vierfachen Angriff von Mario, Peach und eventuell auch dem dritten Helden hat. Mit unserer beider Umfang stoppt uns so schnell niemand. Zuerst müssen wir aber diesen Raum verlassen. Ich kann dir dabei helfen. Also, das Ding darf man im Kampf keinesfalls unterschätzen. Stamm-Po ist echt gut. Es wird später noch eine bessere Option zum Angriff geben in Kapitel 5 oder so, wenn ich mich nicht irre. Und ja. So, jetzt haben wir wohl was wir brauchen. Laufen wir noch zurück. Daher brauche ich nicht in die andere Perspektive zu wechseln. Oh Junge. Wo hat man die Stamm-Attacke gebraucht? Ich muss irgendwie über ihn kommen. Das ist bei einem Booker schwer. Ich bin jetzt eigentlich mit... Ach Scheiße, Alter. Ich bin jetzt mit Stamm-Po besiegen. Komm schon. Okay, ich hab' ich zumindest getroffen. Okay, ich hab' ich zumindest getroffen. Also, oben, unten, unten. Oben, unten, unten, oben, unten, oben, unten, oben. Wenn ihr's euch nicht merken könnt, schaut einmal auf dem Bild oder so. Hä? Waren die Pfeiler noch weiter hinten? Hm. Tatsächlich. Um, unten, 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 oben, unten, oben. Heißt hier nur der hier. Und hier die beiden. Jetzt können wir auch mit Mario die Cheap Cheaps leicht besiegen. Hätten uns diese Tür hier erschaffen. Hätten uns diese Tür hier erschaffen. Dann benäht mir natürlich auch mit. Ich glaub' kaputt machen kann man sich's nicht mehr. Tatsächlich nicht. Wenn ihr außerdem Schwierigkeiten habt, es euch zu merken könnt, jetzt auch einfach von diesem Bild hier abschauen. Aber ich kann mir das Bild nicht eigentlich ganz gut merken. Ah, was ist das für ein Vieh? Habe ich da gerade eine Karte gesehen? Nein. Trotzdem nochmal nach hinten gehen. Ist aber nix. Mal schauen, ob wir eine Stamm-Attacke auf denen machen können, oder ob er uns komplett umbringt. Tatsächlich, wir können die besiegen. Ja, let's go. Oh, die Punkte nehmen wir mit. Das sind ja einige. Leben wird langsam knapp, aber die Erfahrung ist da. Und diese kleine Lücke ist irgendwie bis es fast hier grad. Aber keine Ahnung, ob man da runter kann oder nicht. Es sieht halt alles wie ein Gebiet aus. Entweder kann man überall runter oder nirgendwo, denke ich. Was? Ich würde eine Stamm-Attacke auf die Fische machen. Blablub versus hier los. Oh, das ist das. Oh, das ist das. Hey, Nettozama. Da kannst du gerne reinbeißen, aber ohne mich. Die gelben Tentakel stellen die Mauer da, an der wir nicht vorbeikommen. Wir haben es aber nur auf den roten abgesehen. Bowser ist hier die beste Wahl, da er mit dem Feuer die Gegner auch gut erreichen kann. Wie es mit Stampfe aussieht, kann ich euch gerade nicht sagen. Tatsächlich, man kann es stampfen, dann werden wir es tun. Blum, 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 nein, nicht dort, bitte überall, du nicht dort. So, mit Stampfe machen wir mehr Schaden. Scannen können wir ihn nicht, wollte ich da versuchen, aber habe ich schon vergessen, dass wir Tipi nicht mehr haben. Ja, habe ich jetzt bitte verkackt mit Stampfe, aber dann versuchen wir es mit Feuer weiter. Abmensch, blum, blum, blum. Sieht so aus. Let's go. Hau sagt so gar nichts, er ist nicht mehr von sich beeindruckt. Weil hier scheint nichts mehr zu sein, sieht so aus, als wäre das Kapitel jetzt schon in der kurzen Zeit abgeschlossen, während andere eine halbe Stunde oder so ging. so aus. Tatsächlich. Dann kommt noch eine kleine Vorschau aufs nächste Level. Uns wurde gesagt, wir werden auf einen Baum steigen müssen. Naja, bis dann aber im nächsten Part. Damit hätten wir das Kapitel jetzt fertig. Im nächsten Part geht es dann mit 3-3 weiter auf den Baum. Bis dahin und tschau. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.